So, da Leinchen, jetzt geht's wieder weiter mit WET. Und, ja. Direkt mitten rein ist geschehen. Du bist ja noch nicht so groß. Alter, ist das nicht so groß? Wow. Ja, ich weiß. Oh Gott, die Musik lauten. Ah, au, au, au. Ah. Ahaha, ahaha. So, nur noch drei. Na komm. Ah, da ist ja noch einer. Ah, oh. Das hat es aber. Das hätt ich mir gedacht. Gott, wie das lautet was. Ich muss kurz, 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 kurz und leiser stellen. Im Rennen kann ich mich ja umeineln. Aber jetzt tut es gerade in die Ohren weh. Jetzt würde ich ja noch schreien. Hallo, können Sie mich hören? Ich hör grad nicht viel, denn die Musik ist viel so laut. Oh, hey! Hey, los nicht weg! Ich will nur spielen! Nur spielen! Oh, hoppala, ich hab Schneebeln verloren. Ich hab Schneebeln gesagt, ähm. Ich wollte ja nicht Schneebeln sagen. Aber hab ich Schneebeln zu spielen? Ja, Schneebeln. Na ja, Schneebeln. Wenn man so bedenkt, dass Männer mit ihrem Kopf stecken... ähm... Männer mit ihrem kleinen Kopf stecken. Ich weiß nicht, was ich rede. Juhu! Get eles so viele Leute! Hoppopop, hoppopopop, ableitn. Und... und auch noch? Ja. Feilt nur noch einer! Ah, Feuerwerk! Ah, Zeiger! Oh, du Scheiße! Nein, was soll das? Du sterben, du aufsterben, du nicht erwünscht seien, du nicht erwünscht seien! Ich bin Yoda! Ich versteck mich mal! Ich muss so ein Ding erwischen! Wie war's mit ihm? Ja, bleib verstehen, oder? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! Ich muss so was erwischen, was mir meine Lebenspunkte wieder gibt! Wie ist das so? Mein Mann, ich muss ja auch das mal freutig in Kaleh! Jägen, du, 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 du unser dann. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Du, 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 du. Das ist die Red Boy! Super! Ich bin totaler Ballast, ey! Ich renne im Kreis! Ich hab noch meine Tüten da! Ich bin voll dumm! Können Sie erledigen? Aua! Aua! Da dritt er mich kaum und ich kann mit viel mehr schieben! Ich will es mir nicht gleich eingefallen! Was? Ich muss hier weg! Nein, 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 nein! Bapp, 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 bapp! Wir müssen eigentlich schon längst tot sein! Juhu! Äh! Äh! Oh! Wow! Ja, ja! Ja, ja, Popeye! Was? Oh! Ich hab's geschafft! Hihi! Nur fünf Minuten gebraucht! So, knapp! Akropatische Skills? Ja, keine! Ich bin schlecht in Soros! Sayonara! Nein, warte auf mich! Tschüss! Wuh! Achso! Ich finde diese... Dinger so geil! Sind das Werbungen? Ja! 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 Das Outfit von ihr gefällt mir! Ich hab' gelungen! Naja, bin ich jetzt mal besser aus, als sie so schlanke Beine hat! Ich hab' so... Schwarzenwegerbeine! Achso! Nee, brauche ich nicht! Also kann man nicht verhauen! Dann geht's hier weiter! Äh, 4! Hier! Drücke! 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 Åh, was! Der винareumgapöe Drücke! Wiebellsgeräusche! Heille! Äh, type! Du hast mit deinen schwulen Bewegungen? Ach, ne. Wer ist hier bitte ein Flittchen? Naja. Ich bin Männer. Was willst du? So, ähm. Ah. Jups. Und drüben und hoch. Ja, genau. Da hoch. Und dann die Dritte hoch. Und, äh, Treppe, sag ich. Die Leiter. Äffchen! Äffchen? Äffchen! Wie ist Äffchen? Oh. Wie? Oh. Sehr schön, ich wollte dir sagen. Ähm, ähm, ähm. Äffchen. Wo ist mein Äffchen? Ich will mein Äffchen! Kann ich da rüberspringen? Ähm. Allen Anschlungen auch nicht. Äh, das... Äffchen weg. Äh. Äffchen! Oh, hi! Hö- Oh, hi! Oh, hi! Hast du mein Äffchen vielleicht? Äffchen! Äffchen? Äetzchen! es ist angehört es wird großen gewinnen und dann noch mal und dann bin schon da auch kristin schaue hier drücke drücke verdammte wie immer dramatisch durch die türe geht ja hier ich bin ich bin ich bin ich bin dass jemand ja ja dass jemand die Sprache ich will sowas gern mal echt sehen ich bin das letzte was ihr sehen werdet ihr Idioten hier gibt es auch die Torte gehört mit den Torte haben wie du läufst aus Prozent Prozent ich will das Klo ich muss das Klo bitte dafür zu gehen verwehrt eine Dame alles zu geben da er war ja wieder da toten Köpfmann um auch in den Schwulen Bewegungen ich schneide dir einen Finger ab der schießt auf mich ich bin noch mal runter das war nein, nein, nicht klug Schnauze ja, hättest du vorher überlegen müssen so hoch ja, danke hallo juhu Bauchschlitzer Bauchschlitzer nein das war sehr raffiniert von dir, Kumpel schnell weg auszuweichen, während ich grad springe ich wär da grad runtergefallen ich rübel malone er hat da runtergefallen juhu ja, Mann null Munition drin ja ähm was hoch hoch ja bitte an hoch ja bitte hoch juhu 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 das war juhu 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 hab Hunger und das merke ich genau dann wenn ich grad mir auf den See Ich weiß nicht, was ich rede, Mann. Ich rede so einen Blödsinn. Nein, ich bin wieder da. Nee. Okay, hör mir, hör mir nicht. Ich schieße mir gleich in den Arsch hinein, da hast du ein zweites Arschloch. So. Soll ich den schnell machen, oder? Ähm. Nee, ich mach noch weiter. Ja! Hoffentlich, oh, nein, 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 nein. So, nett, weiß ich. Hopps. Ich sagte, ja, hopps. Und dann, ja. Juhu. Der schießt doch tatsächlich mit einem Maschinengewerken. Also wirklich, ja, nicht dieselbe Maschin, das hab ich durchschaut, Kumpel. Hü, hü, schäm dich. No, stop. Na, na, nein, nein. Und, ja. Ah. Da war's los. Du hast immer nix los. Du hast vielleicht mal deinen Kopf los. Ah. Ich muss da rüber. Hoffentlich hat das gepasst. Nein. Ah. Okay. Dann mach ich mal einen Schnitt. He, 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 he. Ja, tschüss. Tschüss. Vielen Dank.